Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute hier einen Sattel, den ich einer Kundin verkauft habe, die aber etwas kleiner ist und etwas kürzere Beine hat. Das Sattelblatt, wie man hier sieht, ist jetzt nicht super kurz. Ich würde sogar sagen, rein vom Gefühl, ist es ein bisschen länger als ein Standard-Sattelblatt. Wir werden das Sattelblatt bei uns jetzt kürzen, aber wir werden das Sattelblatt nicht nur kürzen, weil wenn man jetzt einfach hier unten was abschneiden würde, würde es scheiße aussehen. Wenn man hier oben auch was abschneiden würde, würde es genauso scheiße aussehen. Bei manchen Blättern geht das, dass man da so ein bisschen zusammenstückeln kann, dass man quasi unten ein bisschen was wegnimmt, oben ein bisschen was wegnimmt und das dann wieder höher ansetzt und es sieht immer noch gut aus. Das geht in dem Fall nicht. Wir werden das, wie gesagt, umbauen. Wir werden quasi hier ein neues Sattelblatt dran bauen, beziehungsweise mit den vorhandenen Arbeiten und das Ganze so ein bisschen nach oben rücken. Wir werden dann hier vorne das auch einmal komplett neu machen. Das werde aber nicht ich machen, das werden meine Mädels in der Werkstatt machen und weil ihr ja immer sehen wollt, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze gemacht wird, werden wir auf jeden Fall die Kamera dabei mitlaufen lassen. Los geht es nach dem Intro. Dann werdet ihr nicht mehr mich sehen, sondern ihr werdet meine Mädels sehen, wie die eben das Sattelblatt bearbeiten und wie das Ganze dann quasi aussieht, wenn es fertig ist. Da werden wir uns dann nochmal zusammenhören. Aber den Umbau, den quasi könnt ihr nicht live mitverfolgen, aber ihr könnt es auf jeden Fall mitsehen, wie das Ganze gemacht wird, wie wer da vorgeht, was man da wo wie machen muss, welche Arbeitsstelle dafür vonnöten sind. Aber wie gesagt, eben mit meinen Mädels in der Werkstatt. Deswegen, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Zugucken und wir sehen uns dann am Ende des Videos nochmal. Bis dahin, viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. 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 Gut. Bis zum nächsten Mal.